Was für eine Überraschung, Ex-Bichbroter-Gewinnerin Alida Koras erwartet ihr erstes Kind mit 40 Jahren. Die Moderatorin verließ vor 18 Jahren den TV-Container als Gewinnerin der zweiten Staffel. Dass sie sich ein Kind wünscht, verriet die Berlinerin Bromiflas bereits vor fünf Jahren. Und nun ist es endlich soweit, die TV-Bauty ist schwanger und ihren Barbie-Bauch kann sie längst nicht mehr verheimlichen. Auf der Premiere von Disney on Itze, Fantastische Abenteuer in Berlin war es nicht zu übersehen, Alida ist hochschwanger. Auf dem roten Teppich trug sie ihre XXL-Kugel spazieren und strahlte mit einem riesigen Grinsen im Gesicht in die Kameras der anwesenden Fotografen. Keine Frage, die werdende Mama hat eindeutig den Babyglo. In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig um die Strahle Frau geworden Privates behält die ehemalige Container-Bewohnerin für sich. So ist auch nicht bekannt, wer der Vater ihres Kindes ist. Glaubt ihr, dass sie noch Details zu ihrer Schwangerschaft verraten wird? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab.